hallo und herzlich willkommen mein name ist medley3000 und das hier ist ufo alien invasion ich spiel gerade eine basis verteidigung so hier sehen wir schon zwei von den halunken bewegt haben wir uns und jetzt geht es weiter oh viel aktivität okay den hat er gut gemacht weder das klappt wieder nicht aber das und zurück meine güte so ok haben wir der hangar scheint sauber zu sein aber hier im eingangsbereich da finden da treiben sie sich ja auch immer rum gut weiter geht's gut dann muss ich mal nachschauen die kamen ja alle von da hinten ob da noch mehr sind okay aber so okay so bleib Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, da ist keiner zu sehen. Was sind die denn? Also ich gehe davon aus, die sind hier irgendwie im Eingangsbereich noch aktiv. Doch nicht. Ich hoffe nicht, dass das jetzt hier eine riesen Suchaktion jetzt wird. Und dieser riesen Basis. So, die kam doch auch von hier. Ja, mal sehen. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Tja. Wo stecken sie denn? Aha. Doch, doch noch da. Mal in dem Hangar. Oh. 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 Eingangsbereich, oder? Ja. Wusste ich. Wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Okay. So, okay. 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 Da können sie natürlich auch kommen. So ein Tower. Oder sowas. Check das mal. Okay. 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 Oh. Okay. Okay. Ich weiß nicht. Okay. Okay. Äh, Jensen. Oha! Stampf. Nein! Ach! Verflixt. Das kann nicht wahr sein. Wir haben schon wieder einen verloren. Und einen Verletzten. Ah, nein. Nicht zu fassen. Das mit dem spontanen Schuss scheint ja doch irgendwie anders hier zu laufen als im Originalspiel. Weil die hätten sonst... Die hätten auch schießen müssen. Die haben sich doch gar nicht bewegt. Okay. Hier gehe ich... Werde ich nochmal auf Nummer sicher gehen. Kann nicht wahr sein. Wie viel kann der denn einstecken? Unglaublich. Halt, stopp mal. Stirb! Halunke! Neh, neh, neh? Ach, du Schande. Halunke! 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 Vielen Dank.